Hallo ihr Lieben, ich ziehe jetzt den Gewinner für das EM Zeckenhalsband. Aus dem Gewinnspiel von unserem Internet zum lustigen Rasseraden. Einmal die Namen mischen, süßer. Und jetzt ziehst du und liest mal vor. Uuuu, Trommelwirbel bitte! Und... Anja Sichler! Uuuu! Jo, herzlichen Glückwunsch! Okay Anja, du hast ein EM Zeckenhalsband gewonnen. Ähm, ja, die Auflösung unseres lustigen Rasseradens ist ein... Langhaarkolli. Genau, wir werden uns einen Langhaarkolli zulegen, der schon in 14 Tagen bei uns hier einzieht. Max ist schon ganz aufgeregt, wenn er einzieht. Ähm, deshalb waren wir auch ein wenig sparsam mit den Videos in letzter Zeit, weil wir gerade in den Vorbereitungen sind für Einzucht des Welpens. Uns ein Storyboard überlegt haben, wie wir den Einzucht dokumentieren können, Aufzucht, Erziehung und, und, und. Da wird also eine schöne, große, langjährige Dokumentation entstehen. Solange die Kamera und die Technik und alles mitspielt. Also das werden wir dann alles sehen, das gibt es dann. Genau, was gibt es noch Neues bei den Landwölfen? Wir haben unsere komplette Webseite überarbeitet, ein neues Design, schöner, übersichtlicher, nicht mehr so ein, ein kleines Chaos, wie es war. Wir haben endlich die Webseite für die Küstenmanufaktur, ist online, der Online-Shop, wo wir Halsbänder, Leinen, Pfeifenbänder, die wir gerade produzieren. Natürlich verkaufen, unsere Dosen und, 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 und. Die meisten von euch kennen, glaube ich, schon die Webseite, wenn nicht unter www.küstenmanufaktur.de. Schaut mal rein, guckt euch die Webseite an, lasst bei Facebook unter Küstenmanufaktur gerne ein Like da. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas vergessen habe, euch zu erzählen. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, den Gewinner benachrichtigen wir natürlich noch, Anja, wir sehen uns ja noch, oder du kannst dich mit Nicole in Verbindung setzen, um die Konfiguration deines Schmuckbandes zu besprechen. In diesem Sinne, lasst uns ein Like da, vergesst nicht, dir auf die Glocke zu klicken. Wir sehen uns, tschüss! Tschüss!